Philipp Muck ist ein deutscher Schauspieler, Synchronsprecher, Autor und Drehbuchautor. Leben und Wirken Philipp Muck absolvierte sein Schauspielstudium von 1980 bis 1983 am Zinner Studio in München. 1983 entdeckte ihn Regisseur George Roy Hill und engagierte ihn für seinen US-Kinofilm Die Libelle an der Seite von Dan Keaton und Klaus Kinski. Im Anschluss wanderte Muck in die USA aus und nahm von 1984 bis 1986 ein weiteres Studium an der Neighborhood Playhouse School auf der Theater sowie an der Uliad School in New York auf. 1987 war er Mitglied in Joanne Woodwards Theatergruppe Actors & Directors Lab. Nach seiner Rückkehr aus den USA folgten seit der Ende der 1980er Jahre zahlreiche Engagements für das deutsche Fernsehen. So trat Philipp Muck häufig in Kriminalserien wie Derrick, Der Alte oder Tatort auf. An der Seite von Dieter Pfaff war er von 2000 bis 2007 festes Ensemble-Mitglied der ZDF-Krimi-Reihe Sperling, für die er gemeinsam mit seinem Kollegen Frank Röth auch zwei Drehbücher verfasste. In der ORF-Serie Schnell ermittelt verkörperte Muck in den ersten zwei Staffeln den mysteriösen Nachbarn von Kommissarin Angelika Schnell. Gespielt von Ursula Strauss. Jenseits des Krimi-Genres übernahm er Rollen in Komödien wie ein Fall für Fingerhut und Pilgerreise nach Padua. Unter der Regie von Dominic Graf wirkte er in der preisgekrönten Verfilmung des Romans Süden und der Luftgitarrist von Friedrich Arnie mit. Aktuelles Projekt ist die Verfilmung des Bestsellers Die Puppenspieler von Tanja Kinkel. Diese Produktion ist nach Marias letzte Reise mit Monika bleibt treu und dem Tatort der Wüstensohn die dritte gemeinsame Arbeit mit Regisseur Rainer Kaufmann. In Die Puppenspieler stellt Muck die historische Figur des Heinrich Kramer dar, der die Hexenverfolgung in Deutschland mit dem von ihm Ende des 15. Jahrhunderts verfassten Hexenhammer bis ins 17. Jahrhundert hinein maßgeblich beeinflusste. Gemeinsam mit seinem Kollegen und Co-Autoren Frank Röth entwickelte und schrieb Muck die RTL-Serie SK Babys, die in der Kategorie Beste Serie für den Adolf-Grimm-Preis 1997 nominiert wurde. Darüber hinaus zeichnen sie als Drehbuchautoren für mehrere Folgen der ZDF Rhein-Sperling und der Alte verantwortlich. Von Januar bis Mai 2010 lief in Dieter Hallervorn Schlossparktheater in Berlin die Uraufführung des Theaterstücks Die Nadel der Kleopatra, das von Philipp Muck und Frank Röth verfasst wurde. In den Hauptrollen agierten Cosma Schifferhagen und Ingrid van Bergen. Im Herbst 2008 erschien im Dümond Verlag Philipp Muck's Debütroman Lebenslänglich, den er auch als Hörbuch einlass. Neben seiner Arbeit vor der Kamera und als Autor ist Philipp Muck seit Beginn der 1980er Jahre als Synchronsprecher tätig. Bekannt ist er vor allem als deutsche Feststimme von Julen M.C. Gregor, für den er erstmals in der schwarzen Filmkomödie Kleine Morde unter Freunden besetzt wurde. Somit auch den von Julen M.C. Gregor in Star Wars Episoden 1 bis 3 gespielten Obi-Wan Kenobi sowie in den animierten Serien The Clone Wars und Rebels. Zudem synchronisiert er wiederkehrend Filmschauspieler wie Ohn Wilson, Orlando Bloom, Mattu Modern und Guy Pearce. Fernsehzuschauer kennen Philipp Muck unter anderem als deutsche Stimme von Neil Patrick Harris in der US-amerikanischen Sitcom How I am et jom. Michael Persbrandt in der schwedisch-deutschen Kriminalserie Kommissar Beck, die neuen Fälle. Jamie Bember in der Science-Fiction-Serie Battlestar Galactica oder Robert Floyd in der Serie Sliders, das Tor in eine fremde Dimension. Zu einer Auswahl weiterer Rollen gehören die Synchronisation von Christian Slater in Der Name der Rose und Robin Hood, König der Diebe sowie Peter. Faccinelli als Dr. Carlisle Cullen in Twilight bis zum Morgengrauen und den Fortsetzungen New Moon bis zur Mittagsstunde, Eclipse bis zum Abendrot. Breaking Dawn bis zum Ende der Nacht, Teil 1 und Breaking Dawn bis zum Ende der Nacht, Teil 2. Ebenso synchronisierte er Johann Groffat in dem Film King Arthur. Matumodain in Hitler, Aufstieg des Bösen und der verfilmten Biografie von Steve Jobs und Grand Show der Spence Westmore in der Serie Diviers. Mates schmutzige Geheimnisse spielt. 2014 lieh er seine Stimme Petro Pascal als Oberin Martell in der Serie Game of Thrones und Greg Brick in der Rolle als Jeremy Dunn-Würsen bitten. In Life of Pi, Schiffbruch mit Tiger von Regisseur Angle synchronisierte er Raffer Spall, der einen kanadischen Schriftsteller spielte. In dem 3D-Animationsfilm Die Legende der Wächter war er die deutsche Stimme der Eule, Tiger. Seine Stimme setzt Morgferner zur Vertonung von Computerspielen ein. Darunter als Obi-Wan Kenobi in fast sämtlichen Star Wars Videospielen und als Targon in Legend. Hand auf Gott Als Protagonist Tore Paulsen war Philipp Morg in der für den Deutschen Hörbuchpreis 2012 nominierten und mit dem Orkanus 2011 ausgezeichneten Hörspiel-Serie Goldtagen Garden von Marco Göllner engagiert. 2013 sprach er im Zeichentrickfilm Das kalte Herz die Rolle des Peter Mung. Seit 2010 wird Morg von der Münchner Sprecheragentur Engelszungen vertreten. Filmografie Als Schauspieler Als Drehbuchautor 1996-1999 SK Babys 2001 Sperling und das Krokodil im Müll 2003 Sperling und der Mann im Abseits 2008 Der Alte, das zweite Kreuz Werke 2008 Lebenslänglich Roman Dümond Verlag ISBN 978-3-8-3-2-1-8-0-7-5-1 2008 Lebenslänglich Hörbuch gelesen vom Autor Patmos Verlagsgruppe Düsseldorf ISBN 978-3-4-9-1-9-1-2-8-9-2 2009 Die Nadel der Kleopatra Theaterstück Felix Bloch Erben Verlag 2011 Toter Mann Kurzgeschichte aus der Krimi-Anthologie Tod am Starnberger See Krimis aus dem Fünfseenland von Sabine Thomas Meiner Verlag ISBN 978-3-8-3-9-2-1-1-0-3-8 Hörspiele 2006-2007 Star Wars Labyrinth des Bösen als Obi-Wan Kenobi 2008 Star Wars Dark Lord als Obi-Wan Kenobi Nominierungen 1997 Adolf Grimme Preis in der Kategorie Beste Serie für SK Babys 2008 Deutscher Preis für Synchron in der Kategorie Herausragende männliche Synchronarbeit als deutsche Stimme von Laurent Stocker in Zusammen ist man Weniger allein Auszeichnungen 1997 Adolf Grimme Preis als Ensemble-Mitglied des Fernsehvierteilers Die Elsässer 2006 Adolf Grimme Preis mit Gold als Ensemble-Mitglied des Fernsehfilms Marias Letzte Reise 2011 Die Silhouette in der Kategorie Synchronschauspieler Serie Hauptrolle als deutsche Stimme von Neil Patrick Harris in H.I.M.E.T. J.M.A.A. Die Silhouette in H.I.M.E.T. J.M.A.